so liebe freunde der unterhaltungsgesellschaft hier bin ich wieder euer korax und jo ich habe jetzt von meinem bruder wie gesagt bekomme ich soll hailblades annuals sacrifice spielen es soll eine fette geile atmosphäre haben und einfach nur hammer sein ich habe schon ein paar streams angeguckt es sah sehr interessant aus aber ich habe es nicht ganz verstanden was da genau ging deswegen spiele ich es jetzt echt selber einfach jo was soll ich dazu sagen ich kenne das spiel eigentlich nicht also ich kann ja auch nichts zum spiel sagen es stand nur ganz am anfang dran wo das spiel gestartet hat dass in diesem spiel psychosen dargestellt werden die von leuten die diese psychosen haben und von psychiatern unterstützt wurden also beim video wie das dargestellt wird und so sachen und man soll die leute diese damit nicht klar kommen sollten das spiel nicht spielen also es ist schon mal okay ich weiß nicht so ganz was der sache ist was auf nichts zukommt jetzt ich habe echt schiss ein bisschen mein bruder hat gesagt man soll es mit 5.1 set spielen habe ich hier weil da lauter stimmen im kopf anscheinend von der faust sind die halt überall um mich herum schwirren so ihr kriegt es leider nur ein stereo mit aber ich schaue einfach mal was passiert jo was ist eine hellblade funktion features contain spoiling oh nein spoiling wollen wir nicht wir spielen das spiel erstmal durch bevor wir eine hellblade funktion anschauen was es ist also ein neues spiel die texte werde ich nicht vorlesen sie müssen halt selber lesen weil sonst zerstört die atmosphäre es ist vorlesen sie ja 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 die stimmbausgabe ist nicht geil So krass, wie der Stimmkopf von überall hätte. Okay. 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 Da liegt ein Toter im Wasser. Geh zurück. Geh zurück. Es ist nicht sicher. Die Stürme sind so krass. Ihr werdet bestimmt nachher sowas von mal erschrecken. Geh zurück und Sie sehen sie. Die Drowned, die Sick, die Slade. Hier liegen sie, rotzend in den Felsen und Ries der Hellen. Aber die Möge nicht immer hier liegen. Das ist nicht ein Platz für Rest. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Ja, beobachtet uns. Atmet da doch. Die Schübe. You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness... It just builds onto itself. Growing stronger. Towering over her. You might try and ignore it. Turn away. It's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light. It's all you need to see its suffocating power. They can feel you. Wer kann uns spüren? Ich werde bestimmt bald rausfinden. Vielleicht. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear. That's far. Far deeper. disperser. Na klarbei, Na klar, Well, kann ich es Pointe What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. Okay. Also, I can't wait to see her. Go and go. Go and go. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to hell's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea, and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights of riding, you will follow a great river, and we'll find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Yeah, of course. Has anyone ever noticed anything? What is that? Forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse, who is straight to hell's gate, but the gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney. Puh, let's just leave the Isles of Orkney. Puh, let's just leave the Isles of Orkney, and find a road that goes down through deep, dark valleys. After nine nights of riding, you will follow a great river, and you will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of Knives, that flows from the dark world of Niflheim. Hey, it's so dark. Windig. What? Windig. Ich habe ein bisschen Schiss, das habe ich schon. Nicht dieses Mal. Kannst du das sehen? Das Land von Mist und Fock. Der Fall war richtig. Was war es, er sagte? Der Räder von Knälen, über dem liegen die Hallen der Hellen. Das Ort, die sie nennen. Hellheim. Wo sind Sie? Jetzt war ich. Echt verrücktes Spiel bis jetzt. Ach, die da. Ich höre Sie. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Der Schmerz ist in Hellheim. Der Schmerz ist da. Der Schmerz ist da. Der Schmerz ist da. Der Schmerz. Das ist da. Der Schmerz ist da. Er ist da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der war vorne rot, bevor ich es aktiviert hatte. Also es geht da hoch, aber es gibt da hinten auch noch irgendwas. Ja, dann gehen wir da hoch. Wird schon nicht schief gehen. Nee, ach, F ist nützen. Juhu! Ist der Drachenkopf oder was das ist, das sieht schon echt cool aus. Wo sieht ich? Willst du es endlich umdrehen? Ne, darüber kann ich so nicht. Wir sind hier entlang. Wird da gerade gelacht? Warum hat sie das gemacht? Sie sollte es nicht zurückgehen. Nein, das ist es. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Das wäre versteckt, weil er fahrt aber nicht. Hä? Wir sind weg. Und um die Ecke. Oh. Was zur Hölle ist das? Das Tor mit einem Zeichen da. Und um die Wandmalereien, die zusammengebrochen sind. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir haben weg. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, nächstes gleich mal voll aus. Sieben nur dich, das Game auf kleinem Bildschirm. Kannst du ein T-Shirt ausziehen? Nein, ich bin so nice. Ich weiß, was du hast. Ja, ja. Okay. Zorn spüren. Warum ich dich schon nicht ausziehen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin so cool. Was ist denn da? Wir sind runtergefallen. Sorry, Servus. So, man kann da wirklich runter rüberkommen ohne runter zu fallen. Ah, meine Maus kann ich mein Gleichgewicht halten. Okay. Muss man da auch erstmal rausfinden, wie das geht hier. Du kannst nicht fallen. Wenn du fallen, wirst du sterben. Ah, nein, Madame! Bitte! 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 Nein! Ah! Was ist das für ein tolles Spiel? Ein echt crazy Spiel. Das ist echt so... brainfucking. Nein, nein, bleib oben. Ich bin so doof über das Bett zu laufen. Oh mein Gott! Warum? Oh mein Gott! Ah, nein, 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 nein! Oh, bleib oben! Ma, Madame, Madame, Madame! Komm! Wir haben es gerade eben auch schon zu gewert geschafft gehabt. Nein, ich erzähle jetzt nichts von mir, weil ich mich in die Atmosphäre des Spiels reinstecken will und nicht ganz seit der abgelegt werden möchte. Ich bin so doof. Ich bin so doof dazu. Ja, der Endfollow doch wieder. Ja, der Endfollow doch wieder. Ich bin so doof. Ja, aber nur ein bisschen. Ach, drüben. Gut. Jetzt hat. Oh, da ist noch eine neue Rune. Fokussieren! Die Welt des Todes ist regiert von der Giantess, Hela, die Frau von Loki. Die Gottes feiern ihre Blutlinie, die sie auf ihrer Mutter und noch viel schlimmer auf ihren Vater. Also, als Kind, der Allfather hat sie in Helheim gelegt, und sie hat ihre Kraft über diejenigen, die von Krankheit sterben, umgekehrt, und selbstslautern. In allen den neigen Weltern, nur Hela kann die Todes. Hela, ihr Dillian wurde gegründet, und mit ihr musst du bergern. Kannst du nicht beides lesen? Nein! Nutzen. Okay, es geht hier weiter. Schauen wir mal. Ups. Noch tiefer? Okay. Was erwartet uns hier? Also, wir haben es herausgefunden, dass wir irgendwie unseren Freund retten wollen, oder sowas. Vom Tod. Bei der typischen Tod, aber wir wollen den irgendwie vom Tod wiederholen. Okay. Drücke, du schaffst es, mach schon. Ja, komm, drück, Mädel. Wir müssen ihn finden. Wir müssen da rein. Wir müssen nach Helheim. Er ist da. Das Spiel habe ich gerade erst angefangen. Also, seit der Stream läuft. 30 Minuten. Das Spiel ist scheinbar seit gestern raus. Gestern ist es released worden. Okay. Okay. Du hast ihn von mir gekauft, bzw. mein Bruder hat es gekauft und da wir eine Familien-Datenbank haben, über Steam kann ich sein Spiel spielen. Ich gebe dir, was du willst. Ich werde nicht mehr resistieren. Die Hand blutet. Was geht da? Was zur Hölle? Was ist das Spiel kostet? 30 Euro. Jetzt muss ich scheinbar kämpfen. Das ist blocken? Okay. Oh, da kommt noch einer. Bleib weg von mir! Er ist weg! Schluss! Oh, da kommt noch einer. Oh, ich kann das. Ich habe schon Ego. Ähm, ne. Au. Falsch das. Ich kann es nicht. Da, blocken. Aber jetzt zuerst schlagen. Dann steckt er nicht mehr. Und bam. Okay, okay. Das sind zwei, oder? Au! Hör auf, mich zu schlagen! Äh, der... der... ich... äh... Ich konnte ihn nicht schlagen. Der war als Geist. Oh, 30 Euro geht für das Spiel. Bis jetzt auf jeden Fall echt interessant. Die ganze Hand ist schwarz. Echt übel. Die Mädchen, geht's dir gut? Was ist das eigentlich für ein Fällen? Ohne Dingser Wuster auf. Äh, Juh, die sieht echt krass aus. Wer kommt da? Eine Vision... ...of was zu kommen. Ist sie irgendwie selbst? Ach du Scheiße. Den Ludwig entbannen. Wenn er so einen Scheiß schrebt nicht. Wenn er so einen Scheiß schrebt nicht. Wenn er so einen Scheiß schrebt nicht. Das ist einfach auch ein Fälle. Und okay. Okay, okay. Ja, wir schlagen das Tor auf. Ein bisschen? Das ist ja. A dark rot will grow, each time you fail. Oh, okay. Fortschritt ist verloren. Also jedes Mal, wenn ich verliere, wird die dunkle Macht stärker oder sowas. Und irgendwann habe ich keine, also sozusagen Leben. My Kelly, wir haben jetzt das Spiel vorbei, zum Voranfang. Danke für den Follow! Jihah! Das nächste dunkle Feuer. Ja? 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 ein halb so was Nordmänner Er geht durch die Höhle Nö, ich hab's nicht weggemacht weil wir eventuell auch als Kinderzimmer nutzen wollen Mal schauen Die Nordmänner erzählte diese Geschichte bevor die Erde gegründet wurde gab es eine Welt, die wir genannt haben Muspels weil es in der Süd war es blatt und heiß blämmig, bämmig Sparks, die aus Muspel wurden die Star andere Sparks, die Eis in der Niflheim gegründet wurden der erste Giant, Eemir Muspel ist eine der neigen Welt und ist jetzt die Land der Fire-Giants und Menschen von anderen können da nicht eine Reise Okay Da-ba-da-ba-da Da-ba-da-ba-da Da hat sich aber schon ein Weg gelaufen wo nicht jeder laufen laufen würde, oder wie? Kann man hier auch langlaufen? Da auch noch was? Was ist ein Gesicht? Schaut mal das an Okay Hallo, nettes Gesicht Okay Okay Laufen wir mal den Weg weiter Ist schon echt geil gemacht das Spiel bis jetzt Alle verbrannt Alle verbrannt Was kann man hier überhaupt machen? Kann man da hochkennen oder so? Nein Passiert hier nachher irgendwas? Passiert hier nachher irgendwas? Ach, gehen wir doch mal zum Tor runter Ich muss Zeichen finden Oh nein Au Da weg, du Sau Ah, noch einer Ich seh nix 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 Oh, fettig? Okay Die Steinwand ist weg Die Holzwand ist weg N und Y Ich seh nix N und Y Ich seh nix Ich seh nix Da sind Ys Die Leichen Ich seh nix 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 Das sieht man bestimmt von da oben Da wo ich vorher war Da wo ich vorher war Hier hab ich so n Ich seh nix Ah, sonst hab ich ja gar nicht Das sind da bestimmt die Typen Leichen hier Ich seh nix 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 Die Schatten mal beobachten Da vorne war es ja auch ein Schatten wo ich gesehen hatte Wo Y hatte dann Ah so, ok Im Arsch dem Weg Alles klar, Tor ist offen Okay Okay, weiter geht's Da hängen ein paar Leute rum Hallo rumhänger Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Das Kämpfen ist ein bisschen langweilig hier Er ist weg Ja, 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 ja Ich seh nix 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 Nix Ich seh nix Jaaa, im richtigen Augenblick geblockt Bloodsport Jaaa Nein 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 Man muss ja ganz schön auf blocken Okay, okay, okay. Läuft, läuft noch, alles klar, gut. Okay, wurde doch schon komplizierter. Okay. Okay, ich schätze mal, es geht hier entlang, wo es uns gar einen Weg gibt. Okay. Fokus. Jep, rund alles. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Aha. Ok. Verrückt. What happened? Where's the fire gone? Where's it gone? The fire disappeared. It was everywhere. The fire. The fire. The fire is through there. He's waiting. I can't go through. She needs to find another fire. There is always a way to find your own way. You just have to find it. The fire is waiting for you. The fire is waiting for you. The fire is waiting for you. Yes, listen to me. I'm getting nervous. I'm getting nervous. A new Hune. Hello, Hune. Yeah. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt. The foremost of the fire giants. His name means the black one. Because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. And at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard. Waging war against all the gods. He will be victorious. And then burn the whole world with fire. Okay. Good. If this is like this, then it's like this. You need to fire Senua to follow the path to Surt. Jajaja. It's a bit different. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. Everything will burn. Concentrate, concentrate on where you're going. She needs to remember the path. If she's burning, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell her. My stomach is so hot, so that I will not find the way back. I think I have to move later on. I think I have to move later on. I think I have to move later on. Is there something on the floor marked? No, I think I have to move in the corner. I think I will move later on. Everything will burn here. Why is that the victim? Is there something on the floor? Is there something on the floor? The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarai. The destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun. And the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic. Hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. There is nothing they can do to prevent it. Ah, yes. Where is that? There is nothing there. No, I don't know... What is it? No, I can't wait. I don't remember anything... ...I do not know. I wanted to leave for it. Weg um die Suche zu suchen. Ich schreit für die Wahrheit in ihren Schmerzen, in ihren Augen. Aber sie schreien einfach wie hilflössige Schweine. Okay, wird schon schief gehen. Feuer! Obwohl ich gesagt habe, ich soll den Weg zurückgehen, wo ich heimkommen bin. Nee, geht nicht mehr. Okay. Dann nicht. No! Die Stimme! Wiebel! Wiebel! Lauf, Mädel! Lauf! 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 Okay, okay, okay. Alles klar. Mein Gott hat mich abandondert. Ich bin allein. Ich bin allein. Okay. Nächste Feuerteil geschafft. Oh, ist eigentlich schwer. Okay, ich werde jetzt mal die Hütte mitbrennen. Fokussieren. Da hätten wir Buchstaben. In die Hütte kann man rein. Hä? Dreh'n und wenden. Das ist oben. Mein Weg ins nächste Haus. Aha, okay. Lass mich harten. Hier ist ein Symbol, was ich nicht brauche für die Tür. Okay, lass uns mal zur Tür gehen. Im Tor meine ich eher. Da ist auch nix. So. Suche diese Zeichen. Ein R und ein X. Hier sieht so nach dem X aus. Jetzt habe ich noch ein R. Wo haben wir so ein R in die Zeug sehen? Wie du, Sinema. Der Mann, der ich damals war, hat sterb. Und wenn das passiert, kann sogar die Gäste, die du wehrst, mit dir sterben. Wahrscheinlich muss ich jetzt da hoch. Dann sehe ich's da oben. Da unten noch irgendwas? Ja. Was auch nicht. Nehmen wir mal hoch. Ah, mein Bruder ist online. Mal schauen, ob er das jetzt nicht gleich spielen will. Ich denke, der so wieder aufhören muss. Ein R. Ah, mein Bruder ist ein R. Ja, da kann man ja auch nicht hoch. Diese wird nicht mir hier angezeigt. Das muss ja nicht irgendwo hier sein. Und da ist noch ein Stein. Die Norden sagen, dass in Ragnarok, die Sons von Muspel gehen werden in den Schiff von Nagelfahr. Der Schiff. Und wenn die Sons von Muspel gehen und gehen in den Schiff gehen, wird es so, dass die Flüge öffnen. Und Surt wird ihnen leden. Woher er geht, die Flamme wird vor ihm und die Feuer werden hinter ihm. Wo kann das R sein? Irgendwas hat der Hütte hier. Was ist ein Zick-Zack? Was ist ein Zick-Zack? Was ist das? Was ist das? Bin mal hinterrin, bin halt aus Sil downstairs. Was ist das? Was ist das? Oder sie haben sich überhaupt ein Besticksal? Ja, genau die Grade hier sogar. Horster Sie haben, das ist mir egal, Gerade Stück und dann zick-zack. Was achte ich? Komm schon. Wo ist es denn? Ah, der Boden da, Herr Zart. Hätte ich gesagt, vorhin habe ich es mir mal grün bei Blauleuchten gesehen. War hier vorher schon richtig? Ne, Madame, dreh dich mal weg. Ja, danke. Okay, Tor ist offen. Wurde gespeichert? Okay, hier ist Krantmahl. Jo. Firetime. Lauf, lauf. Auf alle Schreie, die brauchen wir mal genau. Oh. War der falsche Weg. Ich habe ein Leben verloren. Verdammt. Kacke. Mein Arm wird schon roter. Äh, roter. Schwarzer. Schwärzer. Oh, jetzt hat er. Ich werde schon durchschaffen. Ach, okay. Crazy shit, der. Oh, linksrum. Da müssen wir aufs Dach hoch Och nö Ein Gleichgewichtsscheißdreckteil Und da da Halt auch so schreien, das ist eklig Och nö, noch kämpfen Du möchtest mich Nein Ich hab doch Steuern gedrückt Ich verzock mein ganzes Leben Jetzt in dem Abschnitt Nein, speichere das nicht Hör auf das zu speichern Ach komm schon Muss das sein Muss das sein Alles klar Aber Neues Der spinnt doch alle Nehmen wir diese Stimmen im Kopf Och nö, nicht schon wieder Ich hab ganz vergessen Kann kein Gleichgewicht halten Komm 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 komm, weiter links Nö, jetzt packen wir den Dreh dich Okay, jetzt wird gekämpft Ich weiß nicht 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 Die Welt hat verlassen. Gut. Lass es verlassen. Und du hast das Geheimnis, um deine Türen zu entfernen. Gehe deinen Welt. Mein Leben ist tot. Nur dann. Wie mit einem neuen Kind. Willst du die Welt sehen und dich sehen? Nein, nein. Ich sehe nichts jetzt. Da unten habe ich zwei Leben verbraucht. Wie viel Leben hat man denn? Wo ist nó? Mhm. Ja, um das nächste Feuer. Hier ist die Treppe ok. Und da unten sind wieder Zeichen. Drei Stück an der Zahl. Ah, könnte eins, zwei Zeichen sein, gerade eben. Oh, hier ist auch ein Steinchen. Die Giants können nicht überraschend werden, aber sie sagen, dass wenn Ragnarok kommt, nicht eine Sache in diesem Weltkrieg sein wird. Die Ränenbrücke wird unter der Anstalt von die Giants auf die Flamige Städte geschehen. Sag mir das. Wie hast du von deinem Schmerzen geschehen? Senua, als ich mein Ziel gefunden habe, bin ich nicht mehr entschuldigt zu den Schmerzen, die ich in den Schmerzen hatte, um es zu erreichen zu erreichen. Zeichnung mal eins. Das ist falsch rum. Kommt man da raus? Vielleicht wäre es richtig, wenn du meinen Arm gehst. So und das letzte ist Balken mit einem Zacken dran. Muss ja dann da hinten links sein wahrscheinlich. Das hier oben ist Feueropfer. Dann ist die Tachenfigur oder was, wenn man das ein soll. Ist doch hier optimal. Wieso ist das das nicht? Wie wir es sehen, sehen wir nicht. Ich glaube hier hinterher ist er dann etwas. Der Riese, der Gott. Ja, was weiß ich. Warum ist das da oben gebaut worden? Was hier habe ich falsch? Ich würde ja selbst irgendwas anfokussieren. Tap, tap, parap. Tap, tap, parap. Dann vielleicht auf der anderen Seite das. Oder das haben wir schon. Das zählt nicht mehr. Oh, hier ist auch noch eine Leiter. Wo führt die hin? Achso, von hier sind wir gekommen. Da müssen wir schon da oben bleiben. Ich will jetzt mal noch ansagen, dass wir drüben auf den Balkon gehen. Jetzt nehmen wir von hier irgendwas. Was? Oh, eine Abkürzung. Die Klocken sind echt cool. Okay, wo habt ihr es versteckt? Wenn man das mal wieder hier oben steht. Alle sind total in hier irgendwie. Hier war es ja gerade blau, also es hat etwas mit dem Zacken zu tun. Ich gehe da noch mal hoch. Ich gehe da noch mal hoch. Ich gehe da noch mal hoch. Das wäre das Optimale. Ach, jetzt geht es auf einmal. Ach komm. Vorhin habe ich versucht gehabt, ging nicht. Das war unglaublich. Also den Boss wollen wir auch noch besiegen und dann ist es für diese Runde jetzt erstmal vorbei für mich mit dem Spiel. Dann haben wir auch genug gesehen hier. Das erste. Was ist das? So. So. Späte Brücke. Das ist die Runde. So. 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 ich verbrenne ja ich verbrenne wenn ich da hoch komme muss ich zurück gehen das nicht verbrennen wir leben verloren ganz gut da haben wir schon schwarz rot da kann ich dem feuer entkommen oder muss ich wohin rennen wo Wasser war da wo ich die Tür aufgemacht habe da war dann vorne hin links da kommen wir nicht durch da sind wir nicht da sind wir nicht da sind wir nicht Das ist korrekt. Check ich nicht, was da jetzt los war. Lief doch alles oder lief es nicht? Keine Ahnung. Hallo, will ich angucken. Durchs Feuer rennen, ok. Das ist anders. Das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders. Das ist viel zu viel Video, dass ich bin nicht tot. Das gehört so. Oh, wo ist mein blauer Farbe aus dem Gesicht hin? Ich bin sorry. Ich bin so sorry. Die Dunkelheit nimmt alles. Jeder. Senua. Sie sind sicher, dass Sie das machen wollen? Wir können das zusammen kämpfen. Side-by-side. Wir immer machen. Das ist meine Wettbewerbs. Ich muss es allein sein, weg von Ihnen. Wo werden Sie gehen? Ich weiß nicht. Für wie lange? Ich weiß nicht. Ich glaube in Sie. Ich glaube in Sie. Sie wissen das. Das ist der Typ, den Sie retten will. Nur... Nur versichst mir... ... dass Sie zurückkommen werden. Ich will, Sie zu retten. Ich will, Sie zu retten. Ich will, Sie zu retten. Ich werde zurückkommen. Ich versuche. Ich versuche. Sie zu retten. Ich werde Sie zurück. Ich werde Sie zurückkommen. Ich werde Sie zurückkommen. Und ich werde Sie zurückkommen. Ich werde Sie zurückkommen. Du hast alles. Alle. Aber nicht ich. Ich werde mich jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Du, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Was ist los? Steh auf, Kleine. Wann darf ich schlagen? Wann darf ich nicht schlagen? Ich hänge hier fest. Lass mich weg hier. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier voll fest in dem Eck. Kann ich hier ausweigen? Kann ich nicht. Das kann ich ja eh nix machen. Ne, ich bin tot. Wollte ich mir über Steuern noch mal gucken. Schneller Schlag, linker, schwerer Schlag, rechter. Nahkampfangriff, F. Ausweichen, Spacebar. Ah, okay. Ausweichen. Ich, vielleicht eine Erlösung. Ah, noch nicht. Also den Schlag von oben muss ich ausweichen, alle anderen muss ich... Hallo? Ich habe gesagt ausweichen. Nein, nach rechts ausweichen. Wieso lächst du vor? Also das Kampfsystem finde ich echt noch kacke. Ich fange auf. Ich fange auf. Ah, was war ich denn? Ah, was war ich denn? Fokus, ja. Er ist zu heiß, wenn wir wegbleiben. Nein! Er ist tot. Ich habe die Fokus in den Ausweichen, statt das Blocken, aber keine Ahnung, das war es so durcheinander. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Schlüssel 1 eingeben. Für alle Worte gewonnen, eine größere Worte nimmt seinen Platz. Und so geht es, bis wir fallen. Und im Endeffekt, wir alle fallen. Auch die Gottes haben ihre Zeit. Aber wir gehen immer weiter. Warum? Ich habe eine Provence gemacht. Und ich gehe nach Hell, um es zu behalten. Ich sterbe, frei. Und du wirst meine Geschichte mit dir mit dir. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ja, du hast. Ja. 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 Ich bin bereit, um dich zu bemerken, zu bemerken, wie ich habe. Hm. Okay. so ich würde jetzt nach dem boss hier auflaufen mit ihnen auf ihre Reihen und sie zu schmerzen die neue Form der Schmerzen da hinten sind die Puckets offen zu meinem Welt Senua sah eine tiefere Verbindung zwischen den Schmerzen und der Schmerzen das wird zurücklaufen unglaublich Tabletab Tabletab Schmerzen 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 Ah, welcher Fokus-Key kann ich so Spezialangriff machen? Ja, 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 ja! Dreck halt. Das hat mich in die Ecke gedrängt. Nein, nein, ich komme ja nicht weg. Ich sehe doch gar nicht hier. Die Garten nicht öffnen. Warum nicht? also gut leute hier aber auf machen morgen vielleicht weiter an dem spiel ja wird es erst mal reichen speziell speichern oder weil da kein weiteres gespeichert also leute danke fürs zuschauen bis hierhin das war der erste feuerreise war das jetzt so der nächste ist der illusionsriese den machen wir dann in der nächsten folge an meine twitter zuschauer die live dabei waren danke fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat dann lasst mir ein follow an die youtube zuschauer auch an euch ein dankeschön fürs anschauen und wenn es euch auch gefallen hat würde es mich freuen wenn ihr mir ein like da lasst und mir auch folgt abonniert mich abonniert so war das auf der für youtube tschuldigung also danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal leute tschaui